ja seid ihr grüßt auf dem hundwerk kanal ich habe heute meine biokammer mal wieder aufgedeckt und zwar werde ich da euch da was interessantes zeigen berichten möchte im hintergrund also ganz vorne im bild hier da blässt ja mein luft heber in die biokammer links seitlich hier ist noch ein ausströmer drin der da noch mal ein bisschen zusätzlich die biomedien verwirbelt so was ist jetzt das thema um was geht mir was wir hier sehen sind drei dinge sind gleich drei dinge die man vielleicht auf den ersten blick gar nicht so auf dem schirm hat die aber alle drei positiv sind und in irgendeiner form sinnvoll sind am teich zu haben wenn man kein luft heber hat dann vielleicht anders erzeugt gut welche drei dinge sind es denn da ist zum einen die erhöhte sauerstoffgehalt zu nennen also in der vorangegangenen kammer dieser luft heber der in gewissen tiefe luft einbläst und diese luft gast hier oben aus das heißt wir haben ein bisschen druck wir haben eine gewisse luftmenge die will wieder raus das macht sie hier auch schön aber das wasser hat bis natürlich ein bisschen angereichert nicht extrem aber ein bisschen mehr als das restliche wasser und deshalb tut jetzt hier in den blasen die man hier sieht gast ein bisschen mehr sauerstoff aus als im restlichen teichwasser also wenn ich das nach messe habe ich jetzt hier sondern hier hinten immer noch so ungefähr ein milligramm in etwa mehr sauerstoff als im teich was hat es damit auf sich das ist recht einfach die biomedien die sich hier bewegen in der kammer die sind zwar lebensfähig mit einem sehr geringen sauerstoffgehalt also zwei milligramm pro liter geht bei denen schon noch da sind sie nicht mause tot vorher sind die fische mause tot aber diese zwei milligramm pro liter sind natürlich kein wohlfühl bereich das ist kein bereich wo die jetzt sehr gut nitrifizieren und an ihr maximum sind sondern da ist es da wo sie dann langsam so richtung ums überleben kämpfen das ist jetzt nicht das thema es geht um was anderes stelle ich den bio mädchen hohen sauerstoffgehalt zur verfügung dann fühlen sich die nitrifizierenden bakterien wohler weil die sauerstoff abatmen verbrauchen also verbrauchen es kommt nicht sauerstoff raus sondern entzogen aber ist der sauerstoffgehalt an den bio medien hoch oder höher als im teich dann ist es definitiv ein vorteil weil eben das ein parameter ist der nitrifikation der daneben positiv ist und der die nitrifikation positiv stimuliert das ist der eine faktor also anreicherung mit sauerstoff für die biomedien was haben wir noch wir haben durch die ausströmung jetzt rein mechanisch oder hydraulisch gesehen einfach die bewegung schon der bio medien das heißt ohne viel zu tun werden die schon in schwebe und in bewegung gehalten links habe ich noch eine kleine unterstützung okay das je nach dem halb wie der aufbau ist ist das durchaus möglich und auch sinnvoll dass man noch ein bisschen unterstützt wenn man sagt okay es wird zu wenig es ist zu wenig bewegung drin ich habe dann einige tote zonen die möchte ich nicht haben dann kann man natürlich noch ein bisschen unterstützen mit ein paar watt aber die grundbewegung also selbst wenn ich jetzt diese zusätzliche luftpumpe abschalte habe ich schon mal eine schöne grundbewegung der ganzen bio körper und auch da ist dadurch ist wieder sichergestellt dass die meisten sehr gut versorgt werden mit sowohl mit sauerstoff das war vorhin das eine argument dass der sauerstoffgehalt höher ist als auch mit nährstoffen also mit dem was verstoff 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 wechselt werden soll was im wasser drin ist deshalb muss sichergestellt sein dass eben das wasser möglichst überall vorbei kommt also ihr könnt wenn jetzt ein festbett habt dann sind die medien fest und unbewegt und er guckt dass jedes wasser überall vorbeileitet und beim moving bed ist es eher umgekehrt ihr bewegt die medien und das wasser fließt so oder so durch aber die medien werden sozusagen am wasser vorbei geleitet oder durchs wasser bewegt so ist es vielleicht besser formuliert die medien werden durchs wasser bewegt und sollen so zu ihrem sauerstoff kommen und zu ihren nährstoffen und dann ist es natürlich wichtig und sinnvoll dass möglichst alle medien bewegt werden und wenn jetzt hier genau dran guckt bei mir dann ist die bewegung im ganzen wasserkörper natürlich unterschiedlich vorne an der ausströmung stelle hier ist sie recht gut dann macht es hier eine kurve hier ist noch mal stimuliert durch die zusätzliche luftpumpe hier hinten ist eine kleinere bewegung aber da ist auch eine bewegung und wo jetzt relativ wenig bewegung ist es hier aber diese zone ist recht klein und da findet eben dann größtenteils eine langsame bewegung statt und gar keine bewegung ist jetzt vielleicht exakt hier in der ecke aber das ist so für mich akzeptabel also wir hatten jetzt das zwei den zweiten parameter das zweite argument bewegung der bio medien beim moving bed solle sichergestellt sein ist hier auch automatisch mit erschlagen und dann haben wir noch einen punkt und zwar das aufreißen der wasseroberfläche also ihr seht hier bereich des lufthebers wo der einströmt dass die wasseroberfläche aufgerissen wird und dieses aufreißen der wasseroberfläche das ist äußerst sinnvoll weil dadurch kann das wasser sehr gut ausgasen also überschüssige gasanteile egal von was können flüchten können sich mit dem luft sauerstoff austauschen und es kann sich keine kammhaut bilden das ist so eine obere schicht im wasser wenn wir ein schlechtes wasser habt und wenig bewegt ist jetzt bei krähteichen nicht so oft der fall da muss schon manches schief laufen der eine oder andere kennt vielleicht von früher aus den anfangszeiten so eine kammhaut das wäre dann für mich jetzt der extremfall aber auch ohne kammhaut ist es definitiv von vorteil wenn man die wasseroberfläche irgendwo im verlauf des teiches aufreißt manche machen das natürlich auch im teich gefällt mir jetzt gar nicht ich möchte im teich ein schönes wasser haben das nicht zu stark bewegt wird damit ich schön überall die fische anschauen kann und wenn ich da jetzt die wasseroberfläche aufreise klar dann bin ich sicher dass der sauerstoff im teich immer da ist es ist aber auch so sichergestellt denn das aufreisen und die anreicherung passiert hier und für notfallbetrieb gibt es dann eben eine maßnahme die sich automatisch einschaltet und dann eben nur bei stromausfall oder bei sehr niedrigem sauerstoffgehalt geht dann was an bei mir für einen teich direkt um da dann direkt sauerstoff einzubringen aber als standardfall mag ich persönlich das jetzt gar nicht da sind die geschmäcker auch verschieden der eine macht es steht drauf der andere sagt das ist ja grässlich gefällt mir gar nicht was ist das für ein mischt dafür möchte ich mir keine koi halten wenn ich sie dann teilweise nicht richtig sehe also das ist tatsächlich geschmackssache aber darum geht es nicht es geht darum dass irgendwo im teich es sinnvoll ist wie hier zum beispiel die wasseroberfläche mal richtig aufzureißen und einen schönen gas austausch zu haben das wäre definitiv zu empfehlen sei es in der filterkette sei es im teich wie gesagt ist auch ein stück geschmackssache so also jetzt hat man die drei punkte die bewegung der filtermedien beim moving bed die hier jetzt automatisch geschieht wenn er kein luftheber habt könnt ihr das natürlich durch eine luftpumpe durch einen ausströmer durch ein rührer oder im extrem fall auch durch einen zusätzlichen luftheber machen der euch die medien bewegt dann haben wir den erhöhten sauerstoffgehalt in der biotonne in der biokammer hier durch den ausströmer effekt durch die luft die durch den luftheber kommen und dann haben wir noch das aufreißen der wasseroberfläche diese drei punkte werden hier automatisch mit erschlagen und deshalb ist diese bauweise wenn man luftheber hat so elegant und deshalb würde ich immer abraten direkt in den teich einzuströmen mit dem luftheber sondern nur über die biotonne wie es hier gemacht ist gerade um die vorteile mitzunehmen die hier alle jetzt erwähnt habe wenn ihr kein luftheber habt dann könnt ihr diese dinge natürlich auch auf andere art und weise erzeugen das ist genauso gut möglich wenn einen statischen filter habt eine statische eine statische biokammer dann tut er auch noch mal zusätzlich belüften um den sauerstoff da rein zu bekommen und um sicherzustellen dass das wasser möglichst überall vorbeiströmt es ist einfach von der anderen seite her gedacht so bin ich auch sicher dass eben die biomedien sich schön bewegen und kein schmutz anhaftet also vergleich zum statischen habe ich hier die bewegung und wenn jetzt hier noch fein sedimente wären die würden sich gegebenenfalls hier unten absetzen ist von der strömung von der vom konzept abhängig die können sich in zwei sediments kann sich entweder unten in der biotonne absetzen oder wenn die strömung entsprechend stark ist und anders gerichtet dann geht es fein sediment weiter und setzt sich irgendwo anders im system ab je nachdem halt bis gebaut ist das waren mal so die aspekte und die hintergründe dieser auf den ersten blick vielleicht relativ simplen ausströmung aber wie wir jetzt wenn man da noch mal ins detail geht wie wir es jetzt gemacht haben dann glaube ich sieht man schon dass da eigentlich relativ viel dahinter steckt was vielleicht am anfang auch nicht ganz so von mir bedacht und durchschaut wurde aber wenn ich mir jetzt richtig überlege wie wir das gerade besprochen haben ist es wirklich ein kleines wunderwerk und er schlägt wieder drei fliegen mit einer klappe und genauso macht für mich kreihaltung spaß das war schon dazu wenn er irgendwie eine frage habt ihr unten rein bitte ein kommentar anregung kritik alles kann rein ich antworte da auch relativ schnell drauf ein däumchen während räumchen wenn es euch gefallen hat und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt macht einfach ein abo mit automatischer benachrichtigung bis bald tschüss